Ja! 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 Ah! Ey, du! Ich hab das überhaupt nicht falsch anmitscht. Minus 16 Meter, Alter ist das gut! ja und talia lo meine lieben da sind wir wieder ja und wir sind an der schön stelle wo wir ausgemacht haben nämlich im garten mit dabei ist der gute fabio hallöchen willkommen die dritte seite steht an freunde so viel ist nicht mehr zu tun ich muss jetzt mal ganz kurz gucken was ich kann ich kann jetzt mit meinem kopf schießen ach so du musst aber schon nicht rein knellern was kannst du da sprühen und so ein zeug und du kannst aber auch noch oder kannst du damit einer du hast ja du hast ja irgendwie viel mehr ich habe ja nur das ding da und du kannst aber naja doch boah genau wir sind im garten jetzt scheinbar auch von unserem haus banken zapfen wie geil egal grounded alter auf next level okay die bank ist groß jetzt mal kannst du auf jeden fall deutlich mehr machen ich dachte man könnte hier springen das scheint wasser zu sein was ich habe okay du kannst ja voll viel kann ich ja auch kann ich mich hier egal ich kann mich damit nicht mal schwingen oder so kann ja nichts ja mache ich sehr gerne tschau ich bin grad noch nicht sicher wo wir jetzt hin müssen ich muss irgendwie da auch nicht da oben ist halt so ein haken ich weiß nicht mit dem kopf kann ich nicht also kannst du irgendwas was passiert wenn du da diesen tümpel wasser rein schüttest oder so oder hier kann ich was machen ja was kann man denn hier machen ja genau was kannst du das auch oder kann nee nur ich kann das jetzt kann ich hier irgendwas machen ach so ach so das heißt ich kann das machen ich bin drüben das heißt ich kann aber auch so eine spezial sachen machen bitte oh man was ist was ist was du 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 Kauf alles Alles klar, machen wir. Ja, wie geil ist das denn, Alter? Passiert auch was? Du musst jetzt bestimmt die Kürbisse kaputt schießen. Wie geil ist das bitte? Ja, Pflanzen gegen Zombies, wie war das nochmal? Ist klar, kann ich eigentlich wieder hier raus? Ich kann aber nicht kämpfen, dann mache ich es doch lieber so. Ich glaube, mit dem Rest kommst du klar. Ah, ich kann das damit auch kaputt machen. Interessant. So, hier sind ein paar Kürbisse. Hier ist wieder was zum Gießen. Da habe ich dann wieder was. Ja, was? Ich fahre hier oben. Oh, da ist nichts, ne? Nee. Okay. Ah, gut. So, dann einmal gießen, bitte. Jetzt bin ich mal gespannt, was du jetzt wirst. Äh, ja. Okay. Ähm. Blätter sprießen lassen. Ja. Ja. Äh, lolol. Achso, muss ich immer... Achso, lol. Sollte nicht zu weit auseinander sein. Achso, ich kann aber nicht. Äh, ich kann jetzt nichts mehr sprießen lassen. Oh, I think this is as far as I can stretch. Okay. Aber wie soll ich dich denn... Achso, nee, aber... Nee, auch nicht. Warte mal. Kannst du nur zweimal? Ja. Kannst du die Blätter, die... Nee, nicht mehr. So ein Mist. Oder was ist, wenn ich... Kann ich da durch? Nee. Keine Ahnung. Weiß ich ja nicht. Achso, da werden jetzt angezeigt, wo die Blätter kommen würden. Warte mal. Warte mal. Bis hier kannst du doch locker springen, oder? Weiß ich's nicht. Probier's. Locker. Ja, ginge theoretisch sogar noch mehr. Aber ich denke, das schaffen wir. Ah ja, da, hier locker, ne? Noch. Ach, guck mal. Genau. Jawohl. Jawohl. Ah lol, ich hätte sogar beliebig viele machen können. Oh, I can't anymore. Er hat's mir nur nicht wieder... Er hat's mir nur nicht angezeigt. Ich hätte beliebig viele Blätter machen können. Bis zu dieser Länge. Achso, und jetzt kann ich mich da durchstrecken quasi und kann dir jetzt wieder Blätter geben, oder was? Weil wir müssen ja... Ich kann ja da erst durch, wenn... Dann schaffe ich's nicht. Ja, ja, jetzt kann ich hier durch. Du musst jetzt gerade durch. Wo bist du? Da wär gut. Aber noch weiter vor. Noch weiter nach rechts, genau. Jetzt noch mal nach links gucken. Wegen... Ah ja, perfekt. Hey, warum kommst du zu mir? Na, du kannst doch da jetzt mal... Warum kann ich meine... Genau, jetzt habe ich hier Blätter auch. Na, geh auf das linke und dann... Passt doch. Guck mal, ich kann mich ja eh wieder abbauen. Ich kann jetzt theoretisch auch in die andere Richtung, aber... So, falsche Taste. Genau, aber jetzt komm ich ja erst rüber. Ja, aber jetzt musst du zurück und jetzt kannst du da durch. Genau. Perfekt. Und da ist aber auch schon wieder direkt das nächste für mich. Okay, das ist auch schon geil mit diesen Fähigkeiten hier, ne? Aber ist wieder so eine Blume, ne? Ah ja, genau. Oh, jetzt muss ich hier durchtragen auch quasi. Okay. Boah, du weißt ja jetzt, dass du beliebig viele setzen kannst. Ja. Okay, ich komm da nicht hoch. Weißt du, musstest jetzt wieder erstmal alles kaputt machen. Okay. Ich muss das hier kaputt machen. Dann geht das weg. Okay. Ich guck mal, ob ich... Ah ja, okay, perfekt. Dann komm mal. Sehr cool. Super gemacht. Das muss man sagen. Hier ist auch wieder was für mich. Dein Kopf, genau. Ach so, und du kannst da auch... Wie geil. Did, did you hear that? Yes. Did you see that? Yes, what was it? I don't know. And he is the boss? Oh. That looks pretty angry, mate. Yes, it does. Time to wax some weeds, Cody. Okay, ja. Der Tunneler. Achtung. Loll. Ich bin ja... Ah, ich kann da auf jeden Fall... Oh, lol. Okay, ich bin erstmal komplett überfordert. Oh, direkt verkackt. Nicht einen Schadenspunkt verteilt, alter. Nicht einen Schadenspunkt. Direkt fahrschissen, alter. Okay, nochmal. Okay, also die hat auf jeden Fall... Die ist ein bisschen... ...schwieriger. Ah, guck mal, ich kann sie irgendwie jetzt halten. Kannst du... Nee, du musst ihn, glaube ich, so angreifen mit der Sichel. So, jetzt probieren... Ach, Scheiße. Ich muss nächstes Mal mal gucken, dass ich den so halte und du musst ihn so jetzt... Genau. So macht man's. Okay, das müsste ja passen. Den hatten? Wir haben ihn wieder. Ja. Jetzt machen wir dich schmalt. Jetzt. So, wo, 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 wo. Wo, wo, wo... Oh, ich hänge. ja genau wie die uns einfach gleichzeitig müssen jetzt ganz von vorne ja ach du scheiße okay haben es doch natürlich da so fähig gewesen gleichzeitig drauf zu gehen wir wissen jetzt immerhin so ein bisschen was ja ja es geht auch relativ flott jetzt erst mal ist halt aufpassen auf die ganzen anderen gegner dann später weil ich da ich kann halt nicht daraus sondern es hat lange man ist halt auch länger mit den gegnern beschäftigt ist der wieder raus ist muss das erst mal bis auf die gegner gucken aber gleichzeitig muss man ja auch gucken dass ein die nicht überrollen ich sterbe jedes mal wenn sie wieder in die erde geht ach so die schießt ja auch noch ich hätte ihn jetzt wieder hat mich einmal beschossen aber einmal noch bloß nicht sterben ich habe alles im griff mit die war schon recht stark war schon nicht schlecht nee okay da geht es jetzt weiter man dreist weiter und was ist hier noch mini game oder so nee kommt man nicht durch schade ist ein zweiter wir haben noch einiges an zeit sehr schön greenhouse und spa die erst mal in spa alter ja erst das vergnügen denn die arbeit so ein ding ist da entspannung in käferhöhe zwischen ja ist klar ich will auf jeden fall alles probieren ist das geil junge die idee einfach so fußmassage ja so keine ahnung hast du jetzt noch mal so eine obenschale oh was kann ich hier machen duschen ach war dringend nötig ich warte mal bis du durch bist ich bin aber immer so gartenschlauch noch eine zwerg erst mal ich fahre auf wir hatten eine richtig geile idee ja also das einfach hier bleiben ja hier ist ja noch mal das gleiche passt hier ist ja das war der ausgang hallo hier hallo mr schnick kriegst du ein hit war geil manch stampfer dann kann es weiter gehen dann gehen wir ins green house ja also auf deutsch gartenhäuschen ganz genau we are the english profis ok hier ist erstmal soweit nix ja hier sehe ich doch schon mal was nix ah ja wieder so ne hast du denn jetzt bei schlacken oh schon mal ne menge mist beseitigt ah da liegt auch mal gut viel weg wa ja ja ist noch so viel da ja es ist du kennst das plant nein nein ich habe das nicht bist du sicher was über die erste flower die du in der green house meinst du joy was ist ist das joy i didn't know you named your plants well just that first one you know i i just wanted to make sure that joy would always be part of our lives oh cody that's sweet yeah well it doesn't matter now does it everything's infected there's still time cody kill the infection and make your garden bloom again ok book you're right come on me we have to stop this come on then hab ich mega bock drauf auf jeden fall also muss ich ganz ehrlich sagen äh sind wir dabei hier ist nix 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 okay da ist alles prima wie warst du ja was oh hier ist wieder ein bisschen größer oh guck mal hier ist ne schaukel oh na sehr gut entdeckt wäre ich auch glatt vorbeigegangen die gartenschaukel auf geht springe weiter springen ja das ist doch mal geil ich bin gespannt hat man zeitlimit eigentlich nicht ne oh doch hat man ich hab das überhaupt nicht verstanden mit dem stück oh minus 16 meter alter ist das gut oh geil oh er macht die minusmeter ey das war richtig komisch oh die minusmeter wer kennt's nicht ey super gut geht auch an dich weil ich ja einfach die störung nicht griffen habe naja komm lass mal ja komm lass mal hier nochmal machen ach geil alter sehr schön immer nochmal abspringen äh mit A okay er macht halt zweimal 83 easy oder okay cool sehr schön haben wir doch wieder ja cool ich hätte es doch glatt übersehen muss ich ganz ehrlich sagen da warst du sehr aufmerksam aber geil dein erster Versuch war doch so geil alter ach cool naja Ansichtssache so wie bei den Bundesjugendspielen damals Weitwurf dann erstmal die Kugel nach hinten hämern gab es echt Leute in meiner Klasse damals die das echt gebracht haben oder so drei Meter geworfen weil der weil die nicht nach oben sondern immer direkt so runter geworfen haben wo ich mir so denke hallo Weitwurf ich bin aber auch mies schlecht im Weitwurf muss ich sagen also wie da die Leute 50, 60 Meter weit werfen können ist mir immer ein Rätsel ich schaffe immer so 25 vielleicht mal 30 Meter aber hab irgendwie die Technik nicht raus oder so ich kugel mir immer den Arm aus irgendwie gefühlt beim Werfen ist halt so also Weitwurf ist nicht meine Sache meine Sache ist eher so Sprint Weitsprung und Hochsprung das sind so die Sachen die bei mir am meisten drin sind mindestens mal früher als man noch Sport gemacht hat Spaß okay sehr schön das Minispiel haben wir doch auch wieder gemacht oh nice sieht sehr aus zeitmäßig äh ja sind wir bei 20 Minuten gucken wir uns noch hier ein zwei Sachen an und dann sind wir durch jetzt wäre ja jetzt auch gerade eine gute Stelle zum beenden weil jetzt hier gerade nicht so viel los ist da ist auch richtig mit vor dann würde ich sagen das war es hier äh man kann da hinten ist irgendwie offen hier kann man irgendwie weiter da müssen wir uns auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen genauer umgucken hier scheint es ja wieder zwei Möglichkeiten zu geben bei dir ist noch offen da könnte man mal ganz kurz gucken gehen auf jeden Fall ein paar Raufen oh noch ein Duell oh da guck mal siehste das machen wir doch noch ein Ball ja siehste das ist nämlich der zweite Weg dann machen wir das noch und dann ist es auch perfekt oh das wieder mit schießen gib den Kriechtieren ein paar saftige Leckerbissen springen werfen was A und X okay mal gucken äh A und X äh 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 ach so ach so so lol na gut okay ach so aber was damit so lol ah es dreht sich andersrum nein Digga äh Junge das die Steuerung ist ja mal richtig ekig ja okay 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 gleichstand okay ah ja ich hab aber auch ich hab aber auch echt paar mal verkackt muss ich auch sagen aber das war fair unentschieden ist gut und ich denke wir können an der Stelle jetzt hier uns auch für diese Folge verabschieden ja du kannst auch gerne mal die Abmoderation übernehmen wenn du das möchtest ja was sag ich denn da Freunde like dieses Video nein Spaß für Spaß Digga das ist Pflicht also das ist Pflicht natürlich und schaut unbedingt die Folge und natürlich auch wie es weitergeht und ich würde damit sagen sind wir raus von dir noch ein paar letzte Worte hast du gut gemacht üben wir noch mal ein bisschen und dann kriegst du vielleicht noch mal ein paar Mal in der Zukunft hin danke fürs Zuschauen mach's gut bis zum nächsten Mal tschüss bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.